Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! So, willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtisch. Während es bei mir hier heute gerechnet hat, schauen wir uns heute einen Film an, in dem es sehr, sehr heiß ist. Und ich bin nicht alleine, MJ ist mit mir da. Hallo! Hallöchen! Wie ist das Wetter bei dir? Durchwachsen. Durchwachsen. Also ich habe hier kein flammendes Entferno am Horizont. Zum Glück, zum Glück. Ich bin Johannes und wir sprechen heute über den italienischen Film Adagio. So, es ist ein, ja wie sagen wir, ein Thriller-Drama? Würdest du das so nennen? Ich würde sagen, das ist ein Gangster-Thriller. Ja, Mafia-Genre. Genau. Ja, MJ, für die Leute, die vielleicht den Trailer noch nicht gesehen haben und gar nicht wissen, worum es in Adagio geht, magst du mal kurz erzählen, ja, was ist die Handlung? Mhm, gerne. Also wir begleiten Manuel, der irgendwie noch mehr Kind als Mann oder noch mehr Kind ist als Mann, wie er versucht, Hallö aus einer ausweglosen Situation zu gelangen, nämlich vor Cops zu fliehen. Und das mithilfe des Schutzes alter Mafiosi, ehemaligen Handlanger seines dementen Vaters, selber Mafioso. Und somit gerät er Unwissen zwischen zwei Gewaltfronten und Männern, die entweder alles oder nichts zu verlieren haben. Das ist so, das ist der Plot. Das ist der Film. Wir haben jetzt ja vor der Aufnahme schon ein bisschen gequatscht. Ich habe bis jetzt noch keinen Film und keine Serie von Stefano Solima geguckt. Du hast ja Gomorra gesehen. Magst du da vielleicht nochmal kurz sagen, wie hat dir das gefallen und hat das irgendwie deine Erwartung an diesem Film beeinflusst? Ja, Gomorra hat mir zumindest die ersten zwei Staffeln sehr gut gefallen. Ich mochte die Tonalität. Ich mochte auch diese, also auch da gibt es diese Schwere und dieses Brachial-Brutale, auch in der Stille. Das gibt es auch in Gomorra. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass der Solima der Regisseur ist oder beziehungsweise auch bei Gomorra mitgewirkt hat. Aber ich war von dem Trailer so angetan, weil der so episch aussah und ich gedacht habe, oh ja, da freue ich mich drauf. Das sah einfach gut aus. Und ja, und dann war ich dann doch zum Schluss ein bisschen enttäuscht. Und darüber können wir ja gerne reden, was dazu geführt hat. Was ich total spannend fand und ich finde, der Film hat unglaublich stark angefangen, war, also dass wir Rom, also das Szenario mit Rom erstmal gesehen haben, dass da offensichtlich, wie gesagt, nur ein Feuerwall am Ende, also am Firmament zu sehen ist. Und wir starten ja mit Manuel, der sich aufmacht, um auf einer Party eine offensichtlich ranghohe Persönlichkeit zu fotografieren, zu filmen. Und bis zur Minute 40 wissen wir nicht genau, in welchem Lager Manuel gelandet ist. Also es ist ganz klar, dass da irgendwie eine Art Auftrag ausgeführt werden muss. Aber wir wissen nicht, auf welcher Seite er steht. Also sind das Mafiosi, sind das Polizisten, man weiß es nicht. Und das fand ich super spannend. Das wird auch eigentlich erst, wie gesagt, bei circa Minute 40 wird das aufgelöst. Wie hast du das empfunden? Wie hast du den Anfang empfunden? Mir ging das ganz genauso. Ich fand das auch super spannend, weil, also allgemein, der Film erklärt sehr wenig. Es passiert irgendwie viel so im Hintergrund oder es scheint so eine größere Welt zu geben, ne, kriminelle Untergrund, Mafioso. Aber der Film bleibt relativ klein. Und ich habe auch von mir vorher nicht irgendwie durchgelesen, worum es im Film geht. Sondern habe auch nur einen Trailer gesehen. Und habe auch gedacht, okay, der erzeugt eine Stimmung. Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Und fand dann auch, ich war auch unsicher, diese drei Leute, die Manuel dann auch verfolgen, okay, was ist da los? Und das fand ich auch super interessant, weil er auch lange im Unklaren bleibt, also es kommen noch ein paar andere Figuren dazu, wie die alle zueinander stehen. Also das wird, das, weiß nicht, das entblättert sich so nach und nach. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant. Ja, genau. Aber dann hat sich bei mir so irgendwann ungefähr ab der Hälfte doch schon, also die eine oder andere Frage gestellt, okay, aber, also welche Intention steht denn dahinter? Und warum, also warum, also warum werden diese Entscheidungen getroffen, wie sie entschieden werden? Und also man muss dazu sagen, dass Manuel tatsächlich einfach unschuldig ist. Also er ist einfach ein Junge, der aufgrund von, also er möchte einfach ein bisschen Statusglück und hat sich dann leider Gottes wohl strafbar gemacht und ist somit in die Hände der Polizei oder dieser korrupten Polizisten gelandet, die dann versuchen, ihn für einen Auftrag zu benutzen. Und als er diesen auch abbricht und sich sozusagen an, also an einen Freund des dementen Vaters wendet, wird er sozusagen dann weitergereicht, also weitergeschickt an jemanden, der ihn jetzt beschützen soll oder der sich um ihn kümmern könnte und ihm zur Seite steht. Und ja, und dann wurde es aber so ein bisschen für mich so ein bisschen unlogisch, wo die Motivation für diese Charaktere herkommt. Und ich fand es auch ehrlich gesagt total schade, dass der Vater, Detona heißt er, unter Demenz leidend, aber stellenweise so wache Momente hatte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's ab. Aber die waren auch relativ willkürlich. Also es war so ein bisschen, es passte dann immer genau in den Momenten, wo der dann halt wieder wach war oder halt sozusagen im Saft stand. Und ja, und so richtig, also es hat dann irgendwie sich einfach nicht zu Ende gespielt. Also ich fand das, es hat so stark angefangen und es hatte dann auch, wie gesagt, diese starken Momente. Aber ja, zum Schluss war das dann echt einfach nur so ein Aufeinanderprallen von zwei Welten, die aber beide verdammt sind. Also die korrupten Polizisten und die alten Mafiosi. Und Manuel dazwischen, der sich da irgendwie so durchnavigiert und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. So, das war für mich so der Film. Ja, mir ging das ähnlich. Ich finde, was glaube ich wichtig ist, weil der Trailer hat bei mir auch und bei dir auch eine andere Erwartungshaltung erzeugt, weil ich dachte, das sei so ein spannungsgeladener Gangster-Thriller und der ist ja relativ langsam erzählt. Der Name deutet das auch an. Adagio bedeutet auf Italienisch langsam. Und der hat auch ein relativ kleines Szenario. Also alle diese Welt, es wird halt alles nur angedeutet. Es wird sich sehr viel Zeit dafür genommen. Also auch dieser Auftrag am Anfang, den Manuel machen muss, dafür wird sich relativ viel Zeit genommen. Und die Geschichte wird dann relativ gradlinig durcherzählt. Ich finde jetzt, ohne groß Spannung zu erzeugen, also ich fand das jetzt nicht komplett uninteressant, auch dass am Anfang mit so einem queeren Club angefangen wird. Das finde ich ja auch für so ein Gangster-Setting ist das ja mal ungewöhnlich. Aber am Ende hatte ich auch so das Gefühl, ich wusste nicht genau, worauf der Film hinaus wollte. Beziehungsweise eigentlich wird relativ schnell klar, das was du gesagt hast, die haben halt alle Dreck am Stecken, wollen im Zweifelfall Rache oder Geld. Und das ist die Motivation und Manuel ist halt irgendwie dazwischen. Ja genau. Und wie gesagt, es gibt dann diese wirklich tollen Stellenweise, tollen Bilder. Also dieser Moment, wo er dann zum Schluss sich Richtung Bahnhof bewegt und die Hitze so extrem ist, dass sogar Asche vom Himmel regnet. Und diese Vögel alle, dieser Schwarmvögel sozusagen vor der Hitze flüchtet, aber eher Richtung Hitze geht. Also es waren so tolle metaphorische Sachen da drin. Ja, und dann ist es am Ende einfach nur so, okay Männer, die einfach keine Möglichkeit, keine anderen Möglichkeiten sehen, die wie gesagt dazu verdammt sind, dass sie einfach immer nur den gleichen Weg und Ausweg gehen. Und wie gesagt, also mir hat echt tatsächlich so ein bisschen Kernmotivation gefehlt, auf beiden Seiten, um ehrlich zu sein. Also von diesem korrupten Kommissar, genauso wie von dem ehemaligen Handlanger des Vaters, der sich aber dann dieses Manuels annimmt, der Romeo, der auch dann, das kann ich glaube ich sagen, der dann sterbenskrank ist. Und das meine ich mit dem, also es ist so nach dem Motto, ja ist eh egal. Also es geht, es geht um erschöpfte Männer. Es geht um eine erschöpfte Stadt. Es ist einfach, und ich glaube, das kommt ganz gut rüber, dass diese Tonalität, wie du schon sagst, also du hast Action erwartet, du hast ja irgendwie ganz viel, wahrscheinlich ganz viel Dynamik erwartet, was der Trailer halt schon irgendwie ein bisschen versprochen hat, fand ich nämlich auch. Und dann kommt am Ende halt eine sehr lineare Geschichte, die aber wie gesagt schon auch schleppt. Und was es interessant gemacht hat, das muss ich dem halt zugestehen, ist, dass sich einfach nicht immer alles sofort erklärt hat oder dass man, also, dass man immer so ein bisschen im Dunkeln getappt ist. Aber man ist, also ich finde, ganz oft dann auch im Dunkeln geblieben. Und das, ja, das hat mir nicht so gefallen. Ja, kann ich total verstehen, geht mir genauso. Also ich finde es irgendwie interessant, dass so, dass der Film vielleicht so ein bisschen die Mafia-Welt auch so ein bisschen entzaubert, weil diese alten Mafiosi, das sind halt einfach nur noch kaputte, gebrechliche Männer. Also da ist nichts cool dran. Man denkt so, also es ist nicht dieses, uh, es ist die große Mafia, die ist irgendwo wahrscheinlich da, aber sie spielt in diesem Film keine Rolle. Und auch die drei Cops, das sind auch keine Identifikationsfiguren und auch keine, die man irgendwie cool finden kann. Also das fand ich irgendwie interessant, aber ergibt einem dann doch, finde ich, nicht genug bei der Hand. Auch diese, ne, du hast gesagt, der Waldbrand und auch die Stromausfälle, es zeigt irgendwie schon, diese Stadt ist auch am Abgrund und irgendwie gleich kurz vorm Kollaps. Es gibt diese fiebrige Atmosphäre, aber irgendwie, es fehlt dann so ein bisschen, ne. Also der ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen wie mit so einer zurückgezogenen Handbremse irgendwie erzählt und auch inszeniert. Ging dir das auch so? Ja, das mit der Handbremse auf jeden Fall. Und auch eine komische Gewichtung manchmal, weil es geht ja auch so ein bisschen um Alt und Jung, ne. Also die Alten, die halt nur diese, diese Brutalität kennen und das auch irgendwie ihre Love Language ist. Was ich ganz befremdlich fand und auch schwierig fand, war, es gibt dann halt so ganz, es sollen dann so zarte Nähemomente geben zwischen diesen Männern und, also zwischen jetzt zum Beispiel diesem Handlanger und dem Manuel, also Romeo und Manuel. Und dann, dann setzt diese Musik so ganz sentimental und emotional aufgeladen ein. Und ich denke dann, okay, aber zärtlich reden die jetzt auch nicht miteinander. Und so, also weißt du, was ich meine? Das war so die Szenen, wo dadurch so ein bisschen verkitscht, weil das nicht transportiert werden konnte, weil die halt eigentlich nur Brutalo Love kennen. Und was ich halt auch ganz krass fand, war der Reveal, warum der Manuel überhaupt in diese Situation geraten ist. Und dass es halt eigentlich um das, also wenn man es mal so nimmt, um eine Prostitutionshandlung geht. Und dass das der absolute Schandfleck ist. Also da merkst du halt, okay, das sind ganz, ganz uralte Welten. Und ja, und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht so ganz, was die Intention des Regisseurs sein soll. Ob das irgendwie heißt, okay, diese alte Mafia-Welt, wie du schon sagst, ist verdammt. Und ist halt erschöpft und wird halt zugrunde gehen. Und da ist dann halt eine Riege von Jungen, die einfach, ja, einfach keine Ahnung haben. Und so durch ihr Leben jetzt so laufen. Also, ja. Ja, ich finde es auch irgendwie dann schwer zu fassen. Also diese Entzauberung ist irgendwie spannend und auch, der hat einige visuelle, nette Elemente. Aber ich fand auch, also ich glaube, ich hätte mir auch noch gewünscht, also es gibt dann ja auch so eine Szene, wo die Stadt so ein bisschen neblig ist mit dem Licht und mit dem Flammen. Ich glaube, ich hätte mir noch ein bisschen mehr diese, so eine, so eine, so eine fiebrige Atmosphäre gewünscht. Das hat mir auch so ein bisschen gefiel. Also der Ansatz war auch immer so da. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt könnte es irgendwie so losgehen und ich, okay, alle laufen irgendwie oberkörperfrei rum und haben Schweißperlen auf der Stirn. Ich checke schon, dass es heiß ist, aber bei mir ist so der Funke nicht übergesprungen. Ja, aber ja, auch so ein bisschen willkürlich, ne? Also mal in Szenen die absolute Hitzeerschöpfung und in anderen Szenen waren sie dann total vital. Also gut, kann man jetzt vielleicht diesem Adrenalinpegel, Adrenalinpegel zuschreiben, aber ja, vielleicht auch nicht so ganz konsistent. Aber ja, nichtsdestotrotz fand ich das Setting cool. Also um das halt irgendwie, wie gesagt, nochmal zu erschweren, ne? Diese, diese Geschichte zu erschweren mit eben dieser, dieser Ausgangssituation, das Om halt so ächzt. Ja, aber ja, aber ich glaube auch mehr, also möchtest du dazu noch mehr hinzufügen? Also wollen wir kurz vielleicht über diesen, diesen dementen Vater sprechen? Oder meinst du, das ist entweder Spoiler-Material oder tatsächlich nicht, nicht groß erwähnenswert? Weil das war für mich, ehrlich gesagt, die spannendste Szene im ganzen Film, als der Detona, also der Vater, dann diesen, also einen wachen Moment hatte und diese korrupten Polizisten gestellt hat, die ihn, die ihn ja beschattet haben. Ich, ich, ich bin mir selber unsicher, ob, also es wird ja alles so ein bisschen im Unklaren gelassen, also es wird im Film mir angedeutet oder die Frage gestellt, ob er überhaupt wirklich so krass unter der Demenz leidet. Und das, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich, dafür, auch da, also der Film bietet halt super viel Interpretationsspielraum in ganz vielen Dingen. Aber jetzt, ich fand es dann nicht, das kläre jetzt auch irgendwie fies beim Thema Demenz, was schon, also ich fand es nicht interessant genug vor diesem Kontext irgendwie. Ach so, echt nicht? Weil, ja, nee, also als, als der dann, als der sich dann so diesen Polizisten ermächtigt hat, es gibt eine Szene, in der, wie gesagt, der alte Mafiosi und Mafioso einfach nochmal kurz raus, hängen lässt, wer hier einfach die, wer hier einfach mal das Sagen hat, in der Hierarchie, da war bei mir schon so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt wird's spannend. Denn das, ähm, wurde ja auch schon so ein bisschen angeteast am Anfang, ähm, weil er diesen, diesen Rubik, ist das der Rubik-Würfel, den er da löst, im Blackout, dieser alte Mann, der eigentlich komplett, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich, ähm, halb weg, halb wegdämmert, ähm, versucht aber immer noch irgendwie zwischenzeitlich dann irgendwelche Denkaufgaben zu lösen, mal mehr, mal weniger gut. Und da wurde schon etabliert, okay, der ist, der ist, ähm, bissig und der, der will, der will noch. Und da hab ich nämlich so gedacht, okay, eigentlich geht es gar nicht um Manuel, sondern es geht um den. Also ehrlich gesagt hab ich kurz gedacht, mhm, das ist eigentlich die viel spannendere Nummer, weil, wie gesagt, Manuel eigentlich ja nur so ein Spielball ist und bleibt bis zum Schluss. Aber, ähm, ja, aber auch da war es, wie gesagt, sehr willkürlich, wann diese Demenz dann sozusagen wie ein Schalter abgestellt wurde und wann wieder angestellt wurde. Daher, ja, also ich, dafür war es mir dann nicht konsequent genug, ne? Ja. Ähm, leider. Gut. Aber, du, wollen wir zum Fazit kommen? Das klingt nach einem guten Plan. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, also mein Fazit ist, also, wenn es nicht stört, dass man auf manche Fragen einfach keine Antworten bekommt und sich die Motivation mancher Charaktere nicht erschließt, ähm, der kann sich erbarmungslos und, ähm, also erbarmungs- und kompromisslose Männer einer schwindenden Generation gerne geben, ähm, von einer ziemlich beeindruckenden Großstadtkulisse und stellenweise mächtigen Bildern, ähm, ja. Ja, aber die Jungen, so wird es uns suggeriert, haben einfach eh keine Ahnung von nix. Das ist mein Fazit. Also, wie gesagt, kann man sich anschauen, aber ich glaube auch, man darf da jetzt nicht so viel erwarten. Dem kann ich gar nicht mehr so hin, äh, so viel hinzufügen. Ich, ich würde mich dem größtenteils anschließen. Vor allem wichtig ist, wenn man halt, also die Erwartungshaltung ist wichtig, dass hier ist eher ein ruhiger Film mit einem kleinen Szenario, der vielleicht mal so die sonst so coole Mafia-Welt ein bisschen anders zeigt, ein bisschen geerdeter. Wenn man das spannend findet, ähm, dann könnt ihr euch das vielleicht angucken. Der Film ist am, ab dem 18. April läuft er in den Kinos. Ähm, ich würde da, glaube ich, nicht für ins Kino gehen. Andererseits, und da bin ich, glaube ich, auch bei dir, es gibt schon schicke Bilder und die wirken dann, glaube ich, natürlich im Kino noch mal ein bisschen mehr. Ja, genau. Da musste ich auch sofort dran denken, weil ich gedacht habe, diese Kulisse, dann im Kino, mh. Aber wie gesagt, ist die Frage, ob man sich dann, äh, zwei Stunden den Rest halt wirklich im Kino anschauen möchte. Aber ja, wenn er dann irgendwann mal auf einem Streamingdienst läuft, kann man auf jeden Fall, kann man sich den auf jeden Fall auch anschauen. Ja, wunderbar, MJ. Dann, ähm, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Wenn ihr, äh, Feedback habt, könnt ihr das natürlich auf Facebook, auf X oder Instagram machen. Ihr könnt uns auch an info at tele-stammtisch.de schreiben. Es wäre natürlich auch ganz zauberhaft, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast oder anderen Plattformen, wo bewertet werden kann, äh, uns gut bewertet. Ähm, MJ. Hast du noch irgendwie aktuell etwas, wo man dich hören oder sehen kann oder andere Projekte, zu denen du was sagen möchtest? Auf keinen Fall. Ich sage nichts. Nein, ich habe, also man kann mich nirgendwo sehen und man kann mich auch nirgendwo sonst hören. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier beim Tele-Stammtisch und sende dann so rum. Das muss auch sein. Meine Stimme könnt ihr sonst ab und zu beim Podcast. Ein Film ist nicht genug hören. Ähm, genau. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein und dann hören wir uns, beziehungsweise ihr hört noch ganz viele andere Stimmen neben MJ und mir in anderen Folgen des Tele-Stammtisch. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.